Jo, hallo, mein Name ist Laminator und ich muss euch leider was sagen, ich hab versucht die Folge für euch zu schneiden. Dachte, das klappt auch alles so super mega toll, wie ich das haben wollte, hat's aber nicht und dementsprechend kommt, also nicht von Last Man Standing, sondern ich hab ne Folge mit Jo-Giosch am Freitag aufgenommen und, also letzten Freitag, den Freitag den 13, wow. Wow, ähm, ich bin aber nicht ganz zufrieden mit dem, was ich da jetzt bislang habe und deshalb möchte ich euch nicht so ein unfertiges Video präsentieren, soll einfach nur Bescheid sagen, dass heute doch, obwohl Mittwoch ist und eigentlich Mittwochs Videos kommen, nach Möglichkeit, äh, leider kein Video kommt. Jo, das war's schon, Cheerio.